Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der offizielle Start der Videoreihe von meiner selbstgebauten Absaugeranlage. Ganz wichtige Information direkt hier am Anfang. Heute werde ich noch nichts bauen, heute werde ich einmal das komplette Thema besprechen, damit du weißt, was bei meiner Absaugeranlage vorkommen wird. Und ich will auch in dem Video so ein bisschen auf ein paar Punkte eingehen, damit du für dich entscheiden kannst, auch für die nächsten Monate und Jahre, was für dich vielleicht auch Sinn macht und warum du deine Absaugeranlage halt je nachdem vielleicht gestalten solltest, damit du die Features halt eben auch vielleicht irgendwann integrieren kannst. Hier neben mir seht ihr so einen persönlichen Meilenstein, das sind Zyklonabscheider und die sind auch essentiell für den Bau von meiner Absaugeranlage. Ich will nicht so viel dazu sagen, auf jeden Fall hat es jetzt ein Jahr gedauert, bis ich offiziell sagen kann, dass es diese Teile hier bei mir im Onlineshop gibt. Also schau gerne mal in die Videobeschreibung, dort findest du hier diese großen Zyklonabscheider. Eine kurze Sache dazu, Zyklonabscheider kennen wahrscheinlich viele, aber nicht in der Art und Weise, dass man die in einer großen Absaugeranlage einsetzt, sondern hier in einem Staubsauger. Hier seht ihr auch so einen Zyklonabscheider, halt eben für einen Staubsauger. Das hier sind auch Zyklonabscheider, aber halt viel, viel größere. Die kleine Variante hat hier vorne einen Anschluss von 125 mm und die große Variante von 150 mm. Beide haben einen Anschluss hier oben von 150 mm. Das kann man aber dann auch entsprechend reduzieren, damit man das an seine Rohrleitung einfach anpassen kann und so ein Teil zum Beispiel zwischen eine Hobelmaschine klemmen kann. Hier seht ihr das zweite elementare Bauteil von meiner selbstgebauten Absaugeranlage. Und zwar ist das ein Gebläse. Das ist ein brutal großes Gebläse. Das hat 3000 Watt, also 3 Kilowatt. Ich werde es auch später noch einmal kurz anmachen und da werdet ihr auch ein Problem feststellen, denn das Ding ist ziemlich laut. Aber das gibt es ein bisschen später im Video. Wir gehen jetzt erst mal zur aktuellen Absaugeranlage und da schauen wir uns ein paar Punkte an, die mich massiv stören und die ich euch einfach so ein bisschen erklären möchte. Das ist derzeit meine aktuelle Absaugeranlage. Das ist eine Scheppach HA3200. Die hat 2,2 kW. Die gibt es noch baugleich mit einem schwächeren Motor mit 1,1 kW. Das ist eine sehr, sehr tolle Maschine und normalerweise hätte die auch ausgereicht für meine Maschinen, wenn ich nicht irgendwann mir diese große Hobelmaschine gekauft hätte, denn die macht viel zu große Späne. Das ist hier dieses Biest. Die wiegt, glaube ich, um die 1,2 Tonnen. Man kann 60 cm breit hobeln und die Hobelspäne sind einfach viel zu groß. Das sind fast schon Zahnsteuer, wenn die da hinten rauskommen, als dass die halt eben abgesaugt werden können. Es gibt dazu ein eigenes Video. Schau dafür einfach auf meinem Kanal vorbei. Eine sehr, sehr schöne Maschine. Also diese Hobelmaschine war für mich der Startpunkt, dass ich gesagt habe, dass diese Variante ja nicht mehr ausreicht. Ich habe mir überlegt, dass ich mir eine kaufe, aber die Absaugeranlage, die das hier alles bewältigen kann, so wie ich es auch haben möchte, kostet zwischen 3.000 und 6.000 Euro. Das ist eine ganz große Hausnummer und die selbstgebaute Absaugeranlage wird auch relativ teuer, zwar noch deutlich günstiger, aber die Arbeitszeit kann ich sowieso nicht so wirklich zählen. Ich benutze das Projekt dann noch eher so ein bisschen für mich, um ganz viel dazu zu lernen, denn es gibt ganz, ganz viele Punkte, die ich bei dem Projekt hier einbauen werde, die mich so wissentlich ein bisschen weiter nach vorne bringen werden und deswegen baue ich das auch alles selbst. Unterm Strich ist das Ganze günstiger, wenn man nicht auf die Arbeitszeit schaut und man kann es halt eben so an sein System anpassen, wie man das Ganze halt eben möchte. Geplant ist, dass ich dazu auch noch eigene Videos machen werde, aber wie gesagt, abonniere am besten den Kanal, denn das hier wird ganz, ganz viele Videos ergeben, denn die Absaugeranlage hier, die wird ziemlich krass. Wir werden jetzt mal Stück für Stück alles aufdröseln, was an der Absaugeranlage nicht mehr gut genug ist, warum ich sie deswegen auch ersetzen werde. Was ist der erste Punkt? Ganz klar die Stärke. Die Maschine ist nicht mehr stark genug, um die Hobelmaschine abzusaugen. Der nächste Punkt ist hier unten die Späneentsorgung oder halt die Tüte. Mega, mega ätzend, wenn man das relativ oft machen muss. Es ist okay, wenn man hier diese Spänetüte einmal im Monat oder alle zwei Monate austauschen muss, dann kann man die Tüte rausnehmen, macht alles mit dem Staubsauger wieder sauber. Aber sobald man diese Tüte hier mal vielleicht einmal am Tag bei einem größeren Projekt austauschen muss oder halt eben mehr Späne produziert, ist das total ätzend, denn jeder, der das hier mal drangepackt hat, weiß, fürchterliches System. Ich habe es irgendwann so gemacht, dass ich die Tüte festgeschraubt habe und unten ein großes Loch in den Sack geschnitten habe, um dann die Späne mit der Schaufel, die daneben steht, in eine zweite Tüte zu packen. Sehr staubige Angelegenheit, hat mich mega genervt. Also werden wir nach einer Lösung suchen, um Tüten zu befüllen, ohne dass dabei sehr viel Staub entsteht. Winkelgetriebe, damit das Ganze luftdicht ist. Also ihr hört schon, das sind ein paar Bauelemente, die da auf jeden Fall reinfließen werden. Das nächste Problem ist hier der Filtersack. Der ist nicht mehr so richtig zeitgemäß, wobei ich das immer noch okay finde, wenn man jetzt damit nicht nur Schleifmaschinen absaugt. Also ich sauge sehr, sehr viel Hobelspäne und Hichtkreissägenspäne ab. Das ist auch 95 Prozent das, was da unten drin ist und da ist das Ganze okay. Ich finde eh, dass mehr Feinstaub in der Luft ist von anderen Arbeiten und nicht von der Absauganlage, die das Ganze in die Werkstatt bläst. Will ich aber auch nicht zu weit drauf eingehen. Das größere Problem hier ist halt eben die Säuberung. Irgendwie, wenn man hingeht und schüttelt dreimal hier an dem Sack und ja, dann ist er halt nicht so wirklich sauber. Ich werde andere Filter verbauen und ich werde mal so ein bisschen auf die Filterfläche auch in den Bau eingehen, denn darüber spricht irgendwie niemand. Denn manche bauen sich eine Absauganlage und machen einfach einen Filter drauf, obwohl der dann vielleicht zu klein sein könnte, weil es gibt verschiedene Qualitäten, verschiedene Quadratmeter, Anzahlen bei einem Filter. Werde ich auch drauf eingehen. Das nächste Thema ist die Verrohrung. Das bedeutet, in dieser Videoreihe werde ich auch eine Metallverrohrung installieren, denn KG-Rohre kann man benutzen. Viele benutzen sie. Theoretisch ist das nicht so richtig, aber bei mir hat diese Strecke jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Das größere Problem, finde ich, ist, dass man hier nicht mit einem reinen Gewissen das Ganze in uns endlich erweitern könnte. Und das nächste Ding ist auch, dass man bei dieser Verrohrung hier nicht einfach ein stärkeres Gebläser hintersetzen kann. Denn solange man ein kleines Heimwerker oder wie man es nennen möchte Gebläse an dieser Verrohrung dran hat, ist das immer noch was anderes, wie als wenn man jetzt irgendwie ein richtig krasses Gebläse einfach an die bestehende Verrohrung setzt. Das bedeutet, die Verrohrung fliegt raus, weil die definitiv nicht mehr gut genug ist für so ein krass starkes Gebläse. Die Absauganlage, die jetzt noch verbaut ist, hat 2,2 kW, neu hat 3 kW und richtig viel Luftgeschwindigkeit. Deswegen ist das, denke ich, eine andere Kategorie wie eine kleinere Absauganlage. By the way, dann zeige ich euch auch mal, so eine Verrohrung installiert und ich werde mit euch, ich werde bestimmt fünfmal was nachbestellen müssen, weil ich selbst die Hälfte vergesse. Aber auch das wird es als eigenes Video hier auf dem Kanal dann geben. Dann noch ein weiteres Thema, was ich eventuell, da weiß ich es noch nicht genau, was ich eventuell umsetzen werde. Und zwar ist das so das Thema Brandgefahr. Absauganlagen sind natürlich super gefährlich, wenn man außersehen und es nicht merkt einen Funken einsaugt. Wenn man zum Beispiel was fräst mit einer Oberfräse und da ist ein super alter Fräser drauf und es entsteht ein Glutsparen. Das ist mir schon passiert. Deswegen werde ich hier vielleicht ein System einbauen, dass das Ganze gelöscht werden kann ohne einen festen Wasseranschluss. Weiß ich noch nicht genau, ob ich das umgesetzt bekomme, aber das wird dann auch, wenn ich es mache, halt auch ein eigenes Video werden. Deswegen abonniere unbedingt den Kanal. Das wird ein richtig großes Thema, wo du dir aus den jeweiligen Videos was für dich rausziehen kannst, was du halt auch einfach umsetzen kannst. Thema Einschaltautomatik. An der Absauganlage hier habe ich eine Einschaltautomatik verbaut. Hier gibt es jedoch zwei Probleme, die das Ganze limitieren und eher ein bisschen störend machen, als dass das Ganze auf Dauer gesehen immer an neue Maschinen einfach angepasst werden kann. Was meine ich damit? Zuallererst haben wir ein Stromkabel, das halt eben das ganze System mit Strom versorgt. Wie groß ist denn das Kabel? Wie viel Strom kann da auf einmal durchgezogen werden, ohne dass es halt eben zu Engpässen kommt? Bedeutet, bei so einer Einschaltautomatik bist du ein bisschen auf das zuführende Kabel limitiert. Bei meiner Variante muss ich das umgehen, denn das Absaugerbläser hat schon drei kW und zum Beispiel die Hobelmaschine hat sechs kW. Da kann ich das natürlich nicht über eine Leitung laufen lassen. Das bedeutet, ich werde euch was zeigen, dass man halt eben dieses Einschaltsystem separat laufen lassen kann, aber es halt eben trotzdem automatisch funktioniert. Derzeit habe ich hier diesen Klotz dazwischenstecken. Das bedeutet, wenn ich die Tischkreissäge einschalte, kommt Strom von der Steckdose an die Tischkreissäge, aber auch gleichzeitig über die Absaugeranlage. Wenn man dieses Hobby ein bisschen länger ausführt, kann es durchaus mal sein, dass es irgendwann eine Maschine gibt, die mehr Strom braucht und man vielleicht nur ein 1,5 Quadratkabel in der Werkstatt liegen hat und das dann halt eben eng werden könnte. Aber auch dafür habe ich eine grandiose Idee. Das habe ich noch nie auf YouTube gesehen. Das ist so, so toll. Man kann es auf unendlich viele Maschinen ausweiten und es ist günstig. Es ist nicht selbst gebaut. Megageil. Aber wie gesagt, das gibt es dann auch als eigenes Video. Thema Lautstärke. Wenn ihr euch dazu entscheidet, eine Absaugeranlage selbst zu bauen und möchtet einfach so ein Gebläse dazwischen schalten, dann müsst ihr euch unbedingt im Klaren sein, dass wenn ihr das Gebläse anmacht und das okay laut ist, dass nicht die lauteste Lautstärke ist. Super komplizierter Satz. Laut wird es erst, wenn hier Späne durchgefördert werden. Das habe ich bei der Absaugeranlage hier extrem gemerkt. Die ist so sehr, sehr leise, aber wenn die Späne fördert, wird es relativ laut, denn da drin geht es halt ab. Die Späne werden halt richtig dagegen geschossen und dann halt damit auch gefördert. Deswegen werde ich einen Zyklonabscheider dazwischen setzen, aber nicht nur einen, sondern zwei, aber dazu gleich mehr. Der Vorteil von so einem Zyklonabscheider ist natürlich, dass hier zuerst mal das Gebläse nicht kaputt gemacht werden kann, wenn man ein größeres Bauteil einsaugt. Das wird vorher abgeschieden und hier kommt sowieso nur noch die saubere Luft an. Der nächste Vorteil ist, dass die Filter nicht so belastet werden und die halt auch länger halten. Filter sind relativ teuer, wenn man auch entsprechend viele braucht für so ein großes Gebläse. Deswegen der zweite Vorteil. Der dritte Vorteil, man kann die Späne, denke ich, besser und einfacher in separates Fass reinfallen lassen, um die halt eben später zu entleeren. Das ist auch, denke ich, ein Vorteil. Hier seht ihr jetzt endlich die Zyklonabscheider. Wie gesagt, ich bin immer noch mega, mega happy, dass ich die Teile endlich hier in der Werkstatt stehen habe. Ich werde diese Variante hier nicht benutzen, sondern zwei von dieser Variante. Wieso zwei? Wenn ihr auf meine Webseite geht, könnt ihr einfach auf die Beschreibung klicken und dann seht ihr, wie viel Luftvolumen ihr halt eben mit eurer Absaugerlage braucht, damit ihr so ein Ding benutzen könnt. Dieser Abscheider hier funktioniert auch mit kleineren Absaugeranlagen. Der große braucht dementsprechend mehr Luftumsatz. Ich werde zwei von diesen Zyklonabscheitern benutzen, weil ich eine 180er Verrohrung wähle. Das bedeutet, 180er Rohre sind an der Decke und meine Absaugeranlage, also das Gebläse, hat einen 220er Anschluss. Ich habe hier 150 Millimeter Anschluss. Das heißt, für neuere, kaufbare Rohrventilatoren, die man kaufen kann, ist das für die meisten Fälle vollkommen ausreichend. Ich will mich aber nicht von 150 auf 180 minimieren. Das bedeutet, das hier wäre so der Schnittpunkt, weswegen ich hier zweimal diesen Zyklonabscheiter dazwischen setzen werde. Ihr könnt auf meine Webseite gehen und dann seht ihr auch, wie viel Luftumsatz eure Absaugerlage haben muss, damit so ein Zyklonabscheiter halt auch eben funktioniert. Der große Zyklonabscheiter wird wahrscheinlich funktionieren, aber weil ich jetzt sowieso das komplette System baue und schon 180er Rohrbauteile habe und ich nicht alles direkt am Anfang auf 150 minimieren will, werde ich zwei von den kleineren verbauen. Der große würde für die meisten gekauften Absaugeranlagen wahrscheinlich auch vollkommen ausreichen, nur ich baue jetzt sowieso einmal eine komplette Anlage, deswegen kann ich das auch so ein bisschen anpassen. Hier seht ihr zum Beispiel ein paar Rohre. Das hier ist ein 180er Rohr. Das ist relativ groß. Das waren jetzt ein paar Punkte, die ich mit der Absaugerlage umsetzen werde. Die wird stärker, die wird größer, mehr Maschinen werden angeklemmt, damit ich wirklich saubere Luft hier in der Werkstatt habe, denn viel zu viel Material wird hier immer so in die Werkstatt geblasen. Man muss irgendwie die Absaugerlage auch von hinten in der Ecke einschalten können. Das System wird auch garantiert für dich interessant sein. Die Späne sollen gut gesammelt werden und sie sollen auch einfach zu entleeren sein in Behälter, die man immer nachkaufen kann und halt eben günstig sind, sprich eine Plastiktüte und das Ganze soll halt eben staubfrei funktionieren. Jetzt schauen wir uns mal das Gebläse an und das ist brutal. Ich werde es mal rausholen und dann machen wir es einfach mal an. Ich muss das Gebläse so ein bisschen festspannen, denn das ist mir das letzte Mal schon durch die Gegend geflogen, weil das Teil einfach viel zu viel Leistung hat. Also ihr habt es jetzt gerade nicht gesehen, aber dahinten ist halt der Fock, der Nebel des Grauens. Brutal laut. Es ist ein brutal lauter Teil. Ohne Witz. Brutal. Ich hoffe, man konnte es ein bisschen erahnen. Brutal. Boah, ey, ich habe vergessen, dass es doch so laut ist. Aber das Vorteil ist, jetzt hier ist kein Staub mehr, ne? Also hier nochmal so der Eindruck von hier hinten. Das ist sogar mit Micky-Beute saulaut. Boah, Alter, also das soll wieder Herausforderungen. Das muss auf jeden Fall leiser gehen, weil das da ist, das gäbe ich ja behämmert, ne? Das gäbe ich ja wirklich steiner, wenn das da mit der Tischkreise eher halb Stunde am Stück läuft. Wir machen mal noch einen Praxisversuch. Schauen, was jetzt passiert. Boah, fast sogar eine Bärschuch. Das hier war richtig, richtig abgefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gebläse so krass viel Power hat und dann halt das alles hinten hochschieben würde. Also es bleibt spannend. Das Projekt hier wird wirklich gigantisch. Es wird auch absolut notwendig. Wenn du jetzt denkst, okay, was sollst du jetzt damit anfangen? Es gibt auch kleinere Gebläse. Wenn du sagst, dass du dir so eine Absaugerlage selbst bauen möchtest, dann kannst du dir auch einfach so ein Gebläse kaufen, was ein bisschen kleiner ist. Das ist dann auch nicht mehr so laut und dann kann man sich halt wirklich so seine Traumabsaugernlage selbst bauen. Also, das war jetzt so mal der erste Teaser, was hier alles in der Reihe vorkommen soll. Und ich denke, das wird echt cool. Also, wenn es noch leise dazu wird, bin ich wunschlos glücklich. Hier findet ihr erst noch zwei weitere Videos und bis zum nächsten Video sage ich Tschüss.